infinite bitch songbird prototypen oder vielleicht auch den echten songbird ich weiß es nicht ich weiß es ist nun wissenschaftlich bewiesen dass deine mutter dich auf einer türschwelle ausgesetzt hat krasse roboter was gucken wir jetzt auf pux kd und das wird ja zerfickt 4-8 k 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 Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video dort da mit dem Philipp, alias den Tonics Ach wirklich? Und mir, Peter, G-Punkt So Leute, dies ist eine Intervention, da wir leider nicht in der Lage sind diese mal ordentlich zu spielen müssen wir leider hier abbrechen denn wir haben glücklich versagt Ob positiv oder negativ damit wir wissen, ob es euch gefallen hat oder nicht Positiv oder negativ, das ist dir die Frage Schreibt in die Kommentare was wir noch machen können Schwingt euren Oh 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 Und schreibt die in die Kommentare Oh Oh Und schreibt Themen Aus rein Tschüss 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 Tschüss